Leider zwingt das Coronavirus die meisten von uns zu Hause zu bleiben und schränkt uns auch im alltäglichen Leben ein. Es ist auch nicht mehr möglich, den Landtag zu besuchen. Besuchergruppen sind aktuell untersagt. Aus diesem Grund möchte ich euch heute einfach mal auf eine Landtagsführung mitnehmen und euch auf filmerische Art und Weise den Landtag etwas näher bringen. Herzlich willkommen im Landtagsgebäude von Sachsen-Anhalt. Wir beginnen mit unserer Tour hier an diesem, was es auch immer ist, ich glaube Kunst und fahren fort. Hier haben wir natürlich unser Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten aktuell noch Frank-Walter Steinmeier. In Zukunft hängt da vielleicht das Gesicht von Björn Höcke. Die erste Fraktion sitzt links vom Eingang und zwar sind das die Kommunisten. Im Landtag arbeiten rund 130 Mitarbeiter in der Verwaltung. Dazu kommen noch die einzelnen Mitarbeiter der verschiedenen Fraktionen. Hier befinden wir uns im historischen Treppenhaus des Landtags. Es gibt hier auch eine sehr schöne Anekdote zu erzählen und zwar wurde in der DDR dieses schöne historische Geländer weiß überlackiert und nach der Wende gab es dann die Festlegung, dass dieses Gebäude als Landtag genutzt werden soll und jemand bekam die dankbare Aufgabe, alles fein säuberlich abzukratzen, damit man das wieder im alten Glanz bewundern kann. Hier haben wir die Fraktion der Spezialdemokraten sitzen. Hier in der ersten Etage des Landtagsgebäudes befinden sich die Räumlichkeiten der Landtagspräsidentin und natürlich auch noch Porträts der vorherigen Amtsinhaber. Das Fliesenwandbild zeigt das Sachsen-Anhalt von 1947 in den damaligen Grenzen und die zur damaligen zeitgültigen Wappen der einzelnen Städte. Ein paar Fakten zum Gebäude. Errichtet wurde das Gebäude zwischen 1724 und 1728. 1834 bis 1879 diente es als Stadt- und Kreisgericht. Seit 1879 bis 1905 diente es als preußisches Amtsgericht und 1911 erfolgte der Umbau im alten Barockstil. Zwischen 1954 und 1956 erhielt es dann seine letztliche Form und Ausgestaltung, so wie wir das Gebäude heute kennen. Ab dem 17. Januar 1991 tagte der Landtag von Sachsen-Anhalt hier. Hier befindet sich unser Fraktionsraum. Hier in diesen Reihen haben unsere Abgeordneten dann Platz. Vorne sitzt der Fraktionsvorstand und hier sitzen dann die Referenten, die daran teilnehmen. Wir diskutieren hier all unsere Anträge vor dem Plenum und besprechen natürlich auch, wie wir dazu abstimmen, auch zu anderen Anträgen der anderen Fraktionen oder auch zu Redebeiträgen. Wer spricht zu welchem Antrag? Das wird alles hier beschlossen und meistens herrscht Einstimmigkeit, aber wir sehen, dass wir in wirklich Demokratie leben und manchmal gibt es eben auch ordentlich Diskussionsbedarf und dann stimmen wir auch mal anders ab. Es ist wie immer, die AfD bringt Licht ins Dunkel, auch in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Hier im Landtagsrestaurant befinden sich die Futtertröge der Abgeordneten und da die Abgeordneten ja immer relativ wenig Geld verdienen, gibt es hier auch sehr, sehr günstiges Essen. Das Reichsgesetzblatt von 1914 ist nur eins von rund 45.000 Büchern, die sich hier in der Landtagsbibliothek befinden. Dieser große Bestand wird von fünf Mitarbeitern verwaltet. Der Landtag hat nicht nur 87 Abgeordnete, sondern gefühlt auch 87 Toiletten und da ich mir schon immer mal vorgenommen habe, diese zu zählen, werden wir das einfach mal heute machen. Die bequemen Plätze im Landtag hat sich die CDU-Fraktion gesichert. Hinter mir sind die Fraktionsräume der Union. Jetzt befinden wir uns auf der Ebene der besten Fraktionen im Landtag und zwar den Fraktionsräumen der AfD. Eines unserer wichtigsten Ziele. Jetzt befinden wir uns im Herzstück des Landtags im Plenarsaal. Hinter mir befindet sich die Linksfraktion mit 16 Abgeordneten, anschließend folgen die Grünen mit fünf Abgeordneten, dann kommt die SPD-Fraktion mit noch elf Abgeordneten, anschließend die CDU-Fraktion mit 30 Abgeordneten und ganz außen rechts sitzen wir mit 21 Abgeordneten von der AfD-Fraktion. Hier sitze ich natürlich da, wo es sich gehört, rechts außen. Hier vorne am Pult steht dann jeweils der aktuelle Debattenredner. Daneben sind die Stenografen, die alles notieren, was eben auch gesagt wird. Hinter mir befindet sich dann das Präsidium. Dort sitzt der Landtagspräsident, umgeben von zwei Schriftführern und dahinter einige Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die dann auch immer mal Tipps und Hinweise geben. Ansonsten die weiteren Reihen. In der ersten Reihe sitzen die Minister, darunter auch der Ministerpräsident und dahinter die Staatssekretäre oder die Büroleiter der jeweiligen Minister. Hier auf der Ebene sitzen die Grünen. Kinder hatten wir heute nicht dabei. Gut, dann können wir weiter. Zum Abschluss unserer kleinen Führung möchte ich nun noch einen der aktivsten Räume im Landtag zeigen und zwar mein Büro. In einem guten Büro gehört auch ein guter Hausgeist. Ich habe als Hausgeist Otto von Bismarck. Hier befindet sich die Landtagsbibel, in der unter anderem die Geschäftsordnung des Landtags drin steht, sowie viele wichtige Gesetze, die man hier ganz schnell finden kann. Und daneben mein Motivationsgrund, warum ich mir das alles antue, mein Sohn. Danke, dass ihr an meiner Führung teilgenommen habt. Neben den ganzen Späßen möchte ich aber auch sagen, dass hier fraktionsübergreifend hart gearbeitet wird für eine bessere Zukunft in unserem Bundesland.